Diese Frau ist ein Profi im Sandburgenbau und das Endprodukt ist unglaublich. Und ja, das ist ihr eigentlicher Job. Für diese Art von Sandburgen braucht sie 5 bis 7 Stunden. Und glücklicherweise sagte sie, sei bisher noch kein Kind gekommen oder sonst jemand, um ihre Skulpturen zu zerstören. Jeder Bereich der Burg ist so detailreich. Und das ist das Endprodukt ihrer unglaublichen Fähigkeiten.